I believe I should be thanking you for my nomination it is your upright and honorable nature that one you this post not I perhaps sometime in the future you'll curse me for having suggested your name I hope not how can I be of service to you so es geht um Hermann we are here to talk to you about a document we found in the training camp a letter signed by major Hermann he's behind all of this Sieglinder Hermann Kurt this is personal now when will this story be finished I could cut marshall him but you know how much certain people support him I know he'd probably get away with it everyone loves the heroic major no we thought of another way the Ordo Luminis you you want to have them burned as heretics if he'd been caught as Torsten's accomplice he would have been drawn and quartered do you think that's any less painful I don't know if you came to look for my help or my blessing you have both but promise me that you'll stop seeking vengeance after this you have my word we just need your help to find Hermann he's been hiding since the failed coup and you need help in the San Mateus barracks talk to the corporal in charge of the prisons I know him well he's loyal he's from the old school if he can help you he will it seems to me that the Ordo Luminis keeps its prisoners in the prisons of the guard in fact if you want to avoid drawing too much attention to yourself you could bring Hermann there directly I'll write you a letter for the corporal here you go thank you for doing this for me Sieglinder you're welcome and don't forget your promise Kurt Dave Da werden wir auch direkt zu dem Ort teleportiert wo wir hin müssen Und zwar nach San Mateus Und zwar nach San Mateus Wunderbar, müssen wir den Weg nicht selbst laufen Also der Inquisitor ist, ähh Habe ich das richtig verstanden? In einer Zelle irgendwo? Biete Vasco deine Hilfe an. Noch eine Quest von Vasco. Aha. Wieso haben wir keine Quest von... Ach nee, er ist gar nicht im Knast. Was willst du jetzt? Wir haben es gekommen, um etwas zu diskutieren, das dich beschäftigt. Wirklich? Ich höre. Wir würden gerne deine Augen auf einen Mann, der verletzt zu schrecklichen Kräften. Hat er professiert heresie? Veneriert einen von den Dämonischen Kreaturen, die von den Savagen verletziert? Nicht genau. Er ist verantwortlich für viele Todes, und war einer von Torsten's supporters. Wer, wie Sie wissen, hat er zu verletzen, um deine Gouverneur zu verletzieren und ihre Platz zu verletzieren. Das sind wirklich kreis. Aber sie haben nichts zu tun mit Ordo-Luminis. Du solltest denunst diesen Mann zu unserer Gouverneur. Ich bin sicher, dass sie ihn glücklich haben, zu haben, und zu beurteilen. Unfortunately, dieser Mann hat Freunde in hohe Pläne. Ich wundere, dass wir die Mutter Cardinale werden können. Politik. Die Schmerz unserer Gesellschaft. Ich verabschiede von deinem Gelegenheit. Und ich werde dir so viel wie ich kann helfen. Ich kann nicht den Mann aufbüblich verabschieden, ohne zu viele Fragen zu stellen. Aber wenn du ihn in einem unserer Gäste kommen, dann werde ich sicher, dass die Gelegenheit verabschiedet wird. Nee, sonst haben wir nichts. Gut. Wo sollen wir hier hin? Aha. Gut, dann werden wir ihn wohl jetzt mal ganz heimlich ins Gefängnis der superreligiösen Spinner schleifen. Greenblatt, mein Freund. So. Nehmt ihr was? Ja, ich wollte eigentlich die Kiste neben dir plündern. Das hier wollte ich tun. Zack. Kann ich hier hochsteigen? Blü. Ist ja auch keine weiße Farbe am Holz. So, so, so. Wo müssen wir lang? Ist das hier das Haus? Ja, ich denke, das ist es. Aha. So, ich nehme mal an, die sind unten, ne? Ja, hier war es. Aber wo genau? Da ging es zur Arena. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier durch, äh, ja, der Puff, der Puff, der Puff, ja, ja. Oh, richtig stickig, stinkig hier drin. Oh, sieh sie dir an. Ich finde es auch gut, dass hier so mehrere Betten nebeneinander, die einfach nur durch so ein paar stehenden, so ein paar halbhohe Wände und Vorhänge abgetrennt sind. Und natürlich auch die Kissen auf dem Boden. Da, äh, sucht man sich da hier was aus und dann macht man den Vorhang zu und man wird auf niemand, niemals wird da irgendjemand zuhören. Was man da wohl gerade treibt, ne? So. So, wie kann ich das für euch machen? Wir suchen den Major. Wir wissen, dass er hier hier ist. Ja, und er ist, dass er noch nicht. Aber ich habe ihn nicht gesehen, für ein paar Zeit. Nach dem Krieg, er wahrscheinlich erwartet, dass wir ihn nachher gehen. Die nur Leute, die er vielleicht hat, über seine Hände zu haben, sind seine Liechten. Die beiden waren seine Hände. Ich verstehe. Okay. Well, we'll just have to go and interrogate them. If we bring him to you, can you make sure he ends up in an Ordo-Luminous jail? Do you want to condemn him to the stake? That's a bit extreme. Listen, I can lock him up, but you'll have to find a way to keep my men from seeing him. Why is that? All the guards in the city know the Major. If they see him brought here, they'll want to know why. And they will surely take it out on the Inquisition, which could end badly. You're not wrong, Corporal. What do you suggest? If you bring me some sleeping potions, I could put the whole lot of them to sleep. When they wake up, they'll be ashamed of having slept through their watch. But that's better than spilling blood. Okay, machen wir. Verabreiche den Gefängniswärter und Schraften. Schlafpotions, is that right? Yes, to put my men to sleep. That would seem the best way of doing it. Perfect. And then? When you have your man, let me know and I'll do the rest. Anything else? Good. We should go. Goodbye. Sehr praktisch, wir hatten... Ups. Find diese Lieferanten. Gut, wir hatten ja wohl praktischerweise noch ein paar Schlafpotions bei uns in der Hosentasche stecken. Ich glaube, die haben wir noch von damals, als wir versucht haben, uns ins Lager der Nauten zu schleichen. Und wir wollten die Nauten ja eigentlich dann damit müde machen, aber das hat wohl nicht funktioniert. You're far from your regiment, Captain. What do you want? We're looking for Major Herman. I was told you'd know where to find him. The Major? He must be on a mission somewhere. Don't play dumb with me, Lieutenant. I'd be sorry to see you arrested as an accomplice. Listen, Captain. We really don't know what you're talking about. As for your threats, you're not our superior. You're not part of our regiment. Yet we're here with your new commander's blessing. The Major is accused of treason. You'd better tell us where to find him. Lies. The Major is a righteous man. We'd give our lives for him. Really? Let's see you do it. Schlechte Wortwahl. Schlechte Wortwahl. Aua. Ach nee, wie soll's den hier? Mit dem Hammer zuge schießen. So. Peng, peng, peng. Zack. So, das müsste es gewesen sein, oder? Ah jo. Oder? Ich höre noch Kampfmusik. Ah, da hinten ist einer noch. Hat sich in der Wand verbuggt. Das würde ihm nicht helfen. So, are you finally ready to tell us where we can find Herman? We'll never tell you anything. Stop. You might be ready to die for him, but I'm not. He's in a warehouse. On the port. The traitor is probably getting ready to leave the island. What do you want to do with these two, Kurt? Lieutenant. You're under arrest for now. Go to the commander. She'll decide what to do with you. You're under arrest, Captain. Let's find the Major, before he escapes. Gut. Ja, sind wir aber in Eile. Aber wir sind nicht so sehr in Eile, um uns... ...ein nutzloses Schwert mitzunehmen. Das ich jetzt aus Versehen in meinem Inventar gelassen hab. Alte Stiefel brauchen wir auch nicht. Goldmünzen nehmen wir mit. Soldatenstiefel lassen wir da. Oh. Er ist verschwunden. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Lagerhaus. Hab ich das richtig gehört? Hm. Okay. 55 Meter. In diese Richtung. Auf zum Hafen. Bevor er uns entkommt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Gerechtigkeit auf eine richtig kranke Weise Genüge getan wird. Dafür sind wir berühmt. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. Äh. Jetzt vorbeigelaufen. Ah ja. Bin ich. Oh. Oh. Und deine Mittalne. Und deine Schäden. Komm mit uns, Major Herman. Wenn du denke. Wenn du nicht solltest, dass ich nichts für eine Kampf zu überhalten. Dann bist du falsch. Soldaten! Lauf uns! Oh. Gut. Schön, dass der einfach nur da steht, ohne nichts zu tun, ne? Den kann ich auch grad nicht angreifen, hab ich das Gefühl. Nö, der hat wahrscheinlich schon all sein Leben eingebüßt. So. So, eingesperrt und festgenommen. Schlossknack... Oh, Schlüssel verwenden. Ah! Oh! 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 Zack, zack, zack! Alles mitnehmen. Ich hab gesehen, ich glaube für die Rüstung brauchen wir einen Ausdauermeer. Aber das ist halb so schlimm. Ups! Jetzt trage ich auch schon wieder zu viel. Die fette Rüstung, die wir mitgenommen haben, ne? Lass mal sehen. Also, Kommandantenkünast, ja. Das Schlossknacken geht zwar um eins runter, aber wir haben vier Ausdauer, die wir brauchen. Oh je, wir haben drei Ausdauer. Haben wir zufällig... Ein Attributpunkt haben wir. Wir könnten es uns leisten. Aber ich wollte ja eigentlich... Ach ne, das waren ja die Talente, ne? Mhm, 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 mhm. Ausdauer. Zack! Anlegen. Zack! Oh, richtig cool. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, der im Kopf haben wir auch noch. Kommandanten. Oh, richtig schick sind wir. Was hat der für Fähigkeiten? Elementarresistenz, okay. Hier, Elementarresistenz geht hoch. Aber das macht uns ja nicht. Und das hier. Ein bisschen weniger Magieresistenz macht nix. Jetzt sind wir schick. Jetzt sind wir richtig schick. So, die hier könnte ich eigentlich ablegen. Offiziersstiefel ablegen. Inquisitoren-Soldatenstiefel könnten wir noch behalten. Vielleicht kann die ja der Kurt tragen. Sieh mal. Zack, hübsch, ne? Und so. Und so.